Ich wette, du packst es nicht, den Refrain sauber hinzukriegen, ohne total abzugeben. Die Krono-Schock 13. Das hat euch noch keiner gesagt, oder? Eure Firma wurde dicht gemacht. Sie haben die Firma dicht gemacht? Das läuft jetzt alles übers Internet. Ihr zwei waren tolle Verkäufer. Aber mal ehrlich, ihr seid Dinosaurier. Nick, ich hab's. Google. Du hast für uns einen Job bei Google? Naja, kein Jobjob. Eher ein Praktikum, woraus ich einen Job ergeben könnte. Willkommen bei Google. Uns erwarten so eine Art geistiger Hangout-Games gegen einen Haufen genialer Kids um eine Handvoll Jobs. Ich bin Lyle, einer der Teammanager. Haut drauf. Oh, normalerweise streckt man die Faust einfach raus, ohne was zu sagen, das reicht. Komm schon, Bruder, mach's mir mit deiner Faust. Das sagt man auf jeden Fall anders. Ihr seid Praktikanten? Krass. Ist aber so. Ihr seid so alt. Ich dachte, ihr wärt wichtig. Manchmal sind die hoffnungslosesten Fälle am Ende die besten. Rote Kelle heißt nein, grüne Kelle heißt ja. Ah, mit dem Boss ein Bier trinken. Sagen Sie, wenn Sie mit mir ein kühles Blondes zischen wollen. Ich werde bestimmt kein kühles Blondes mit Ihnen zischen. Und ein Kiffen? Eure Aufgabe? Findet den Bug. Ihr zweit sich bloß und findet den Programmierer. Sein Name ist Charles Xavier. Er ist ein Professor. Er sitzt im Rollstuhl. Charles Xavier? Ihr habt mich erwischt. Cyclops, Rogue, wir sind alle hier. Und nun lasse ich euch an meinem Weisheitenteil haben. Oh, oh mein Gott. Ah! Professor Xavier ist ein totales... Aber ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Was ist das? Ist das eine Marke in deiner Hand? Drogendezernat.